Und dann gibt es ja auch viele Kommentare von euch, die sagen, ich möchte alles haben. Ich möchte die lokalen Therapien, das ist die Operation, ich möchte die Strahlentherapie haben, aber ich nehme auch die Systemtherapie auch zur Not, nehme ich vielleicht noch die Antikörper mit dazu oder eine Immuntherapie. Also ich möchte alles zusammen haben, dann habe ich die größte Chance zu überleben. Da geht die moderne Therapie gar nicht hin, nur die moderne Forschung. Die moderne Forschung geht eigentlich immer nur dahin zu sagen, was braucht man wirklich, ohne irgendeine Sicherheit zu verletzen. Und das ist das Spannende. Das heißt, wir nehmen heute teilweise viel gezielter und viel weniger, um sogar mehr zu erreichen am Ende. Das heißt, nicht viel hilft viel, sondern das Gezielte und manchmal kann es sein, dass man gar keine Chemotherapie braucht. Manchmal kann es sein, dass man nur einen Antikörper braucht. Manchmal kann es sein, dass man eine Kombination aus einer bestimmten Tablette mit einer Immuntherapie braucht etc. Das ist sozusagen das Entscheidende, was wir heute wissen. Das heißt, das Gezielte ist der Erfolg, nicht sozusagen one size fits all und alles auf einmal, sondern gezielt eingesetzt, dann ist es erfolgreich.